Hi, ich bin Jasmine und ich freue mich, dass ich mich auf meiner Reise durch Australien begleite. Viel Spaß! Okay, ich bin ja jetzt gerade on Tour mit den zwei US American Girls und auf der Weg gerade der Spritz. Und jetzt haben wir gerade einen Stoff eigentlich, ich weiß nicht, wie das Spritz für mich bei Jamaica hat. Und ja, das schaut schon mal mega gut aus. Ich will jetzt nicht mehr fahren. Let's go! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020